Immer dieses alberne Geschrei und immer bum 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 und Pfeil und schießt natürlich. Happy Halloween da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dead Nerds Talking, dem The Walking Dead Podcast auf nerdizismus.de. Und kein Datum könnte, glaube ich, passender sein als für eine Zombie-Horror-Serie, dass der Podcast heute von uns erscheint. Ich bin Chris und mit mir dabei, wie immer, Nerdizist Michael. Hallo. Na, Wünd. Aber ich finde jetzt, Walking Dead, kann man die noch Zombie-Horror-Serien nennen? Das ist eher eine Zombie-Soap, oder? Ja, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich habe letztens mal nachgeschlagen, seit Dawn of the Dead, kann man bei Wikipedia mal nachschauen, hat es einen wahren Boom an Zombie-Filmen gegeben. Also seitdem sind knapp 200 Zombie-Filme rausgekommen, seit 2001 oder wann das war? 2002. Seit der Neuauflage? Ja, seit der Neuauflage. War übrigens, ich mag den Film, ist von Zack Snyder sogar, oder? Oh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wer denn jetzt nochmal das Remake gemacht hat, das Original war ja von Romero und wer das Remake gemacht hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber seitdem ist es mit den Zombies explodiert, in allen Formen, Farmen und Varianten. In der Tat, Zack Snyder war der Regisseur. Da muss ich einen der Zack Snyder-Filme doch auf meine Lieblingsliste von Filmen setzen, weil den Dawn of the Dead, vor allem in dem Director's Cuts, finde ich großartiger Film. Ja, das stimmt allerdings. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir sind ein Podcast, das heißt, das ist Radio zum Mitnehmen und ein Podcast funktioniert folgendermaßen. Falls ihr das gerade über den Webplayer hört, das müsst ihr nicht tun. Ihr findet nämlich auf der rechten Seite einen Abonnier-Button und wenn ihr da drauf klickt, dann öffnet sich ein Podcatcher eures Vertrauens, sofern ihr eine solche App auf eurem Handy installiert habt oder wenn ihr auf dem PC unterwegs seid, dann öffnet sich ein RSS-Feed. Den packt ihr dann in eine sogenannte Podcatcher-App und das ist der Vorteil an der ganzen Sache. Nun, ihr könnt Nerdizismus einfach runterladen und jederzeit überall anhören und habt immer einen automatischen Feed, der euch die neueste Folge zum Beispiel zu Dead Nerds Talking automatisch auf euer Gerät lädt. Das erspart euch das Nachschauen auf unseren vielfältigen sozialen Kanälen, auch wenn wir uns natürlich immer wieder freuen, wenn wir neue Fans dazu bekommen. Ihr findet uns auf Facebook, auf Twitter, Instagram, YouTube, immer einfach mal nach Nerdizismus schauen und da könnt ihr uns dann finden. Und in diesem Podcast sprechen wir über die achte Staffel von The Walking Dead. Ihr findet auch einen Podcast zur siebten Staffel von The Walking Dead bei uns und eine Zusammenfassung der sechsten Staffel auch. Und wer uns schon ein bisschen länger kennt, der weiß, das hier ist kein Wohlfühl-Podcast. Hier wird kritisch betrachtet. Bevor wir aber in die Folge einsteigen, haben wir doch tatsächlich noch ein bisschen Dinge rund um Walking Dead erlebt, die außerhalb des ganzen Fernsehuniversums stattgefunden haben. Wir waren nämlich in Bottrop im Movie Park und da war The Walking Dead Outbreak, oder? Outbreak hieß das. Ich glaube, das hieß Outbreak. Auf jeden Fall war es mitten im Pott. Ja, im Movie Park. Und da haben wir uns extra für fünf Euro eine zusätzliche Eintrittskarte gelöst, um The Walking Dead Outbreak dabei zu sein. Das Ganze ist eine Geisterbahn mit Zombies und Schauspielern und Erschrecken und Michael Lubis überhaupt nicht erschreckt worden. Nö. Ich fand die Atmosphäre darin großartig. Also die haben es richtig schön gemacht, haben es auch richtig schön aufgebaut. Ich denke, weil sie die Lizenz hatten, haben sie wahrscheinlich auch irgendwelche Designs dafür bekommen. Das hat wunderbar funktioniert, aber ich hatte so ein bisschen das Problem, dass meine Frau, die Chrissy, dabei war und die die ganze Zeit erschreckt worden ist und ich nicht. Keine Jumpscares für mich. Ja, weil du einfach immer zu schnell vorausgerannt bist. Die Schauspieler wussten, haben gemerkt, du bist da oder die Gruppe kommt, dann warst du schon weg und deine Frau, die als zweite ging, die hat alles abgekriegt. Ich habe mich königlich amüsiert über deine Frau, die nämlich immer sich erschreckt hat. Ja, beim allerersten habe ich mich erschreckt, weil der knallte wirklich mit einem Schrei oder Knall. Der hat die Tür aufgeschlagen, genau. Aber ansonsten muss ich auch sagen, das ist wirklich mit viel Liebe zum Detail gemacht. Man kann sich den Governors Raum angucken, man sieht die erste Tür, die Rickseed in der allerersten Folge in dem Krankenhaus mit dem Keep-Out-Schriftzug drauf und bevor man reinkommt, läuft man glaube ich erst durch, nicht durch Alexandria, durch, na komm, wie heißt Terminus. Ist das, soll das Terminus gewesen sein? Nee, Terminus war am Ende mit dem Metzger, so rum war es. Genau, Terminus war am Ende mit dem Metzger, richtig, genau. Also wenn ihr mal in Bottrop seid, dann könnt ihr mal in den Moviepark gehen und da euch mal The Walking Dead Outbreak geben. Kann man machen, der Park ist jetzt auch nicht so mördergroß, der kostet auch nicht so viel Eintritt, ich glaube 26, 27, 28 Euro oder sowas. Walking Dead ist aber nochmal extra 5 Euro und ich weiß nicht, ob das jetzt über Halloween hinaus auch noch ist? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist so eine Halloween-Aktion. Ja, Moment, das ist eigentlich viel zu teuer, dass sie es nur für Halloween haben. Ich meine, die haben wahrscheinlich sowieso nicht so viel Geld und diese Anlage ist ja schon ziemlich groß. Ich kann mir vorstellen, dass zumindest Walking Dead nicht vielleicht die anderen Attraktionen, die auf Halloween ausgerichtet sind, aber Walking Dead länger da ist. Ja, das kann gut sein. Also wie gesagt, Moviepark, Warner Brothers, nee, ehemals Warner Brothers, Moviepark, so rum, ja, in Bottrop. Genug der Werbung. Wir sind ja ein Informationspodcast und ich bin letztens über ein lustiges Internetvideo gestoßen. Da hat jemand mal wieder was ausgerechnet und wer uns öfters hört, weiß, dass ich gerne Videos mir angucke, wo jemand etwas ausrechnet. Und dieses Mal hat ein schlauer Internet-User ausgerechnet, dass eine Zombie-Apokalypse eigentlich nicht das Ende der Menschheit bedeuten kann. Möchtest du wissen, warum? Lass mich raten. Wurden physisch korrekte Zombies da genommen, also dass die auch verfallen würden oder sind diese Fantasie-Kreationen, die wir überall haben, in der Literatur dafür genommen worden? Also wir nehmen jetzt mal die Walking Dead-Zombies, ich schätze mal, dass sie die genommen haben. Es ging einfach um Zombies. Also die haben dann ausgerechnet, wenn, als Europa, ja, wenn ungefähr nur 0,25 Prozent der Bevölkerung Europas überleben würden, dann wären das ungefähr 400.000, 500.000 Menschen. Wenn von diesen 400.000, 500.000 Menschen jeder irgendwie zehn Stück am Tag tötet, dann wäre rein rechnerisch nach acht Jahren kein Zombie mehr übrig. Die Sache ist ja, bei dem Virus, wie wir es in Walking Dead haben, das ist ja scheißegal, wie du stirbst. Immer wenn du stirbst, ob es natürlicher Tod ist, ob es irgendwas anderes ist, wirst du zum Zombie. Der Virus ist in allen drin. Deshalb auch vielleicht auch ein bisschen deshalb Walking Dead sind schon die laufenden Toten, weil alle, die sterben, irgendwie werden zum Zombie. Heißt, man müsste den Virus an sich bekämpfen, weil der wahrscheinlich schon überall verbreitet ist, weil immer Zombies wegkriegen, die ganzen Zombies wegzubekommen, würde wahrscheinlich gar nicht gehen. Doch, es gibt ja einfach irgendwann keinen Nachschub mehr. Entweder sind alle Menschen tot, dann werden die Zombies irgendwann verrotten. Außerdem befällt ja ja keine Tiere. Und zumindest, ich sag mal, da, wo es noch größere menschenfressende oder potenziell auch aarsfressende Tiere gibt, die werden dann über die restlichen Überreste daherfallen. Und wenn halt kein Nachschub mehr kommt, dann versiegt die ganze Sache. Okay, aber dann ist die Menschheit im Arsch. Dann ist es das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Wenn im schlechtesten Fall aber noch 400.000 übrig bleiben, nicht. Weil dann reicht's. Nee, aber diese 400.000 werden ja auch noch weiterhin zu Zombies. Wenn irgendwer von denen stirbt, dann werden die zum Zombies. Ja, aber du kannst doch dafür Vorsorge tragen und hau sie in die Köpfe ab. Fähig aus. Okay. Ja, das könnte man machen. Aber letztendlich die Zombie-Plage ist damit nicht ausgerottet. Und der Virus ist nicht ausgerottet, aber die Apokalypse kann abgewendet werden. Ja. Also unter schlechtesten Bedingungen dauert eine Zombie-Apokalypse eigentlich nicht länger als acht bis zehn Jahre. Das heißt, wir sind in der achten Staffel. Es müsste eigentlich dann bald vorbei sein. Wäre das nicht schön? Wäre das nicht schön, wenn es bald vorbei wäre? Na. Ich bin schon wieder so gemein. Das geht ewig weiter. Ja, ich glaube auch. Und dann haben wir jetzt schon wieder Leute, die jetzt dann da uns hören und sagen, was sind das überhaupt für Walking Dead-Fans und warum machen die einen Podcast, wenn sie es sowieso nur Scheiße finden? Und ich wünsche, dass es bald zu Ende ist. Wir hoffen, dass wir das in unseren Folgen ein bisschen rausbringen, warum wir so eine Hassliebe auf diese Sendung haben. Wenn wir sie einerseits besprechen und sie so wichtig ist, dass wir alle 14 Tage darüber reden. Auf der anderen Seite aber auch manchmal vorm Fernseh sitzen und einfach nur den Kopf schütteln können. Und so ging es mir auch in den ersten zwei Folgen des Staffelauftacts für die achte Staffel. Echt? Das wundert mich jetzt total, weil ich fand den Staffelauftakt bis auf ein paar Szenen eigentlich ziemlich gut. Und er hat das vermieden, was die letzte Staffel komplett gemacht hat. Komplett an Fails gemacht hat. Deshalb, ich war recht begeistert dabei. Wir können ja gerne mal einsteigen. Wieso? Du es schlecht findest und ich gut. Du meinst, er hat also Handlung dieses Mal durch Bombommenschießerei und Pfeil im Bogen kaschiert? Ja, Hauptsache. Ja gut, aber wenn das schon der Maßstab ist, also einfach nur, weil es knallt, ist es jetzt besser als vorher? Ja, aber was haben wir denn sonst? Ich meine, für das Schreiben bekommen die sicherlich keine Awards mehr. Ich weiß nicht, ob irgendwie die entsprechenden Autoren nicht mehr da sind. Deshalb können die Szenen dazwischen schon mal nicht zählen. Aber wenn wenigstens ein bisschen Action los ist, dann passiert was auf dem Bildschirm. Dann passiert was in der Story, auch wenn die Story jetzt nicht wirklich groß vorangetrieben wurde in den ersten zwei Episoden. Aber dann hat man wenigstens was, wo man das Gehirn abschalten kann. Ja, und siehste, und da fängt es bei mir wieder an, dass ich halt das Gehirn jetzt in Anführungszeichen nicht abschalten kann. Weil für mich dieser ganze Angriff dadurch, dass, und wir beklagen auch bei unseren Filmrezensionen oftmal, dass es ein bisschen zu viel Exposition gibt. Aber in diesem Fall hätte ich doch ganz gerne etwas Exposition gehabt. Ich hätte nämlich ganz gerne mal gewusst, was die eigentlich vorhaben. Außer wir greifen an. Was ist denn der Plan? Wie wird es denn gemacht? Und so weiter und so weiter. Ja, sei doch mal geduldig. Nee, 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 nee. Nee, da bin ich nicht geduldig. Komm, warum soll ich denn geduldig sein? Das ist doch albern. Das ist doch albern. Das ist so ein Schöngerede. Ja, und in der Filmwelt oder in der Serienwelt, da war das dann bestimmt so und so. Das ist doch Kokolores. Es muss doch dem Zuschauer klar sein, was, wer passiert und warum jetzt auch irgendwas wichtig ist. Nehmen wir mal die erste Folge. Die besteht eigentlich im Grunde genommen aus diesen drei Zeitebenen, wobei die eine Zeitebene, die im Trailer ja so geschnitten war, dass man erst dachte, das ist wohl irgendwie Rick im Krankenhaus aus Folge 1 und dann hat man ja nochmal auch diese Reminiscenzen an Folge 1 mit der Kamerafahrt, die identisch als Carl da irgendwie was einsammelt, die also identisch ist zu dem, wie zur ersten Kamerafahrt als Rick da auf die Zombies trifft und so weiter, Haken dran. Kann man jetzt irgendwie lazy finden oder lustig finden oder wie auch immer, das macht für mich aber noch keine Qualität irgendwie einer Folge aus, dass ich eine Einstellung aus der ersten Folge kopiere, also so und dann habe ich diese drei Zeitebenen, das soll dann wohl die Zukunft soll irgendwo dann sein, das wird wahrscheinlich darauf anspielen, dass der Rick ja im Comic bei irgendeinem Angriff auf Hilltop irgendwie sein Bein bricht und ab dann irgendwie humpelt oder sowas, ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil er hat ja diesen G-Stock, da scheint wohl das eine zu sein. Dann gibt es irgendwie die ganze Zeit diesen verschwitzenden Rick und dann gibt es noch den Rick, der seine flammende Ansprache hält, ohne aber irgendwie mal zu erklären, was die jetzt eigentlich vorhaben. So und dann gibt es die, ich sag mal Echtzeit oder die Jetztzeit, die Gegenwart, wo sie den Angriff auf Nigen machen, so das wird irgendwie vorbereitet, man hat dann da so seine vier, fünf Stoßtrupps irgendwie, die Jungs vom Kingdom und dann hat man die von Hilltop und irgendwie und dann stehen die davor und sie haben 20 mal die Gelegenheit, Nigen zu erschießen. Und sie tun es nicht und du sitzt einfach vorm Fernseher und denkst, schieß doch einfach, schieß doch einfach and it's over. Aber nein, stattdessen ballern sie, als wenn Munition kein Thema wäre. Also wir haben Folgen, die drehen sich darum, dass sie keine Munition haben und jetzt auf einmal, nachdem ihnen fünf Folgen lang in der siebten Staffel jede Knarre, jede Munition abgenommen wurde, haben sie plötzlich wieder alles voll und dass sie unendlich zwei Folgen lang ballern können aus allen Rohren. Ernsthaft jetzt? Und Granaten haben die nicht irgendwo mal eine gefunden? Wie leicht wäre das Leben, wenn sie auch nur eine einzige Hand kann, hatte mal irgendwo reingeworfen hätten. Stattdessen wird da irgendwie geballert, geballert, geballert und es passiert nichts. Das Einzige, was in Folge 1 passiert, ich komme schon wieder ins Renten, ihr merkt das hier, aber ich muss das jetzt mal loswerden. Das Einzige, was in Folge 1 im Grunde genommen passiert, ist, dass der Reverand und der Negan dann irgendwie da in diesem Wohnmobil oder was auch immer das da ist, dann da eingeschlossen werden. Weil der Reverand wieder zu blöd ist und den doofen Jeffrey, nee, Jeremy, wie heißt er? Joffrey. Keine Ahnung, der Hilltop-Typ aus 24. Genau, der Hilltop-Typ aus 24, der genauso nervig ist wie Joffrey und glaube ich, Jeffrey heißt. Wurscht. Ja, weil er den noch retten will, der alte Vollidiot, ja. Dabei sollte er es echt besser wissen eigentlich im Grunde genommen. Okay, damit ist doch die erste Folge schon zu Ende. Gut, dann passiert irgendwie noch das bisschen Rumlaufen und dann werden die von den Kingdom-Typen und dann werden die von einem angegriffen mit einer Granate. Okay, dann fängt die zweite Folge an. Die fängt dann im Grunde genommen mit diesen völlig unsäglichen, verwackelten, albernen Nahaufnahmen an und so hört sie auch wieder auf. Warum? Weil es kein Mensch soll wahrscheinlich irgendwie Dramatik oder Tiefe suggerieren, die nirgendwo zu finden ist, ja. Dann fängt es an, indem es einfach mitten im Rauch ist. Da hatte ich schon wieder vergessen, was war das für eine Granate? Und dann, ach ja stimmt, das war ja die Granate von letzter Folge. Was war das überhaupt für eine Granate? Eine Rauchbombe? Eine richtige Explosion? Also, wie können die das überleben? Damit ist schon wieder etabliert und das haben wir ja später in der Folge dann mit morgen auch. Die sind jetzt alle unsterblich, zumindest bis zum Mid-Season-Finale. Dann hast du diese andere Hilltop-Gruppe, die aus Menschen besteht, die du teilweise noch nie gesehen hast, ja. Für die du aber jetzt irgendwie empathisch sein sollst und die einfach nur ballern, ballern, ballern. Dann gibt es diese eine Tante von den Saviors, die dann auch irgendwie plötzlich eine tragende Rolle hat für zehn Minuten, die auf den Trichter kommt. Hey, und da ist der Plan ja noch ganz clever, hey, die schießen unsere Leute tot und warten, bis die wiederbelebt werden und damit die uns auffressen. Und in dem Moment, wo sie das realisiert, wird Tough Mother, ja, die also total hier die Oberbefehlshaberin ist, vom erstbesten Zombie da gekillt. Ich glaube, von dem, den sie ganz am Anfang angekackt hat oder so, ja. Hä? Ja, und dann ballern die und ballern die und es passiert nichts, weder, dass sie sich jetzt zurückziehen, noch, dass das, es wird einfach nichts erklärt. Und dann hast du diesen, diesen, diesen Sprung, wo du dann irgendwie Rick und Daryl hast, die jetzt, wo sind? Wo sind die denn? Irgendwo. Keine Ahnung wo. Wo Leute sitzen, die überhaupt, es wird ringsum, überall wird geschossen und alle haben sie doch eigentlich Funk. Ja, sie haben die Wachen aufgenommen, aber die haben ja wohl mehr als ein Funkgerät. Und die Schüsse sollte man hören, aber die sitzen da in den Räumen in diesem komischen Ding und, ja, wie wenn nichts wäre. Dann wollen sie da Waffen holen, große, woher wissen die, dass diese großen Waffen sind? Dann kommt am Ende dieser komische Menderes oder Mendoza oder wie heißt der? Ganz am Ende? Keine Ahnung, so lange ist die erste Staffel her. Der Carlos da, also der von der ersten Staffel her kommt, den hundertprozentig 99 Prozent der Leute nicht erkannt haben, wenn du es nicht irgendwo vorher gelesen hast. Der ist dann plötzlich auch wieder wichtig und der sagt dem Rick dann, ha ha ha, ich hab sie alle wieder zurückgeholt, die Saviors. Zurückgeholt? Wovon denn? Ich denke, er ist doch bei den Saviors drin. Also, es macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Es macht keinen fucking Sinn. Sorry, ich saß da und dann diese Geschichte mit dem, das Beste an der Folge war eigentlich noch der Morgan, der plötzlich zu 007 wird. Ja, und da in Splinter Cell Sam-Fisher-Manier mit einem Headshot nach dem anderen da durchläuft. Wie übrigens die ganze Gruppe, die gnadenlos geile Schützen geworden sind. Ja, das ist ja der Hammer. Also, da ist ja jedes SWAT-Team, kann dir da nur den Hut vorziehen. Also, nee, ich saß da wirklich davor und hab mir gedacht, mein Gott. Nee, das ist jetzt wirklich für die ganz, also, nee. Ich will nicht sagen für die ganz Doofen, weil es gibt bestimmt auch Leute da draußen, die fatten da super und die möchte ich hier nicht beleidigen. Aber, nee, das muss ich mir jetzt mal von der Seele reden. Das ist, reich mich auf. Ja, wie heißt der Typ nochmal von heute Show? Der Hassknecht, der hat dazu aber noch geschrien. Ich schreie ja nicht. Genau. Machen wir demnächst eine Runde Chris Hassknecht, der schön einmal abrentet über alle Folgen, die wir einmal gesehen haben. Finde ich gut. Hast du dich jetzt abreagiert? Passt. Wunderbar. Ich meine, ich bin bei vielen Dingen bei dir. Ich kann zwar verstehen, warum du dich so aufregst, aber ganz ehrlich, also, stört mich mittlerweile nicht mehr. Meine Erwartungen an Walking Dead sind mittlerweile nach unten hingeschraubt, nach ganz, ganz unten hingeschraubt. Deshalb haben mich diese Episoden auch nicht enttäuscht und deshalb war ich eigentlich ganz happy, wie die abgelaufen sind. Also, erstmal zur Struktur. Die Struktur finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Scheinbar versuchen sie ja mehr Teile am Anfang der Staffel zu machen, der vielleicht besteht aus drei, vier Episoden. Ich fände es furchtbar, wenn sie dann die ganze Mid-Season so durchgehen und erst am Ende klar wird, was die überhaupt wollen. Ähm, wenn es jetzt noch zwei Episoden so weitergeht, dann teile ich deine Kritik. Aber so, wie sie es jetzt aufbauen, finde ich es ganz interessant, ein Mystery-Element damit reinzubringen. Ähm, drei Zeitebenen. Ist die Frage, ob das eine wirklich eine Zeitebene ist. Ich glaube, auch so wie es gefilmt wurde, es ist eher ein Traum oder eine Vorstellung oder eine Tagträumerei von Rick. Wo er alt ist und wo er rumrennt und seine Tochter auch älter ist und er plötzlich einen weißen Bart hat. Also, theoretisch müsste es ja 30 Jahre weiter sein, wenn er, oder er hat einen Geist gesehen. Ähm, aber gut. Das ist jetzt ein Tagträum für mich von ihm, der so sein könnte, wenn der Plan von denen Erfolg hat. Das ist gut. Die anderen zwei Ebenen springen dann halt so ein bisschen in Ereignissen rum, die wir noch nicht ganz zuordnen können. Aber ich glaube, ich hoffe, diese Zuordnung kommt einfach noch in den nächsten Episoden. Und der Plan an sich, den finde ich eigentlich schon, auch wenn wir noch nicht ganz dahinter geblickt haben, was die eigentlich wollen, recht clever, dass die am Anfang die Saviors erstmal Schachmatt legen, jedenfalls das Hauptquartier der Saviors Schachmatt legen, indem die die Zombie-Armeen da hinlocken und Negan quasi mit seiner Führungsriege eingesperrt ist. Und dann gehen die in der nächsten Folge nämlich weiter und greifen verschiedene Basen an und versuchen, irgendwas da auszuführen. Wo wir auch noch nicht wissen, was die ausführen wollen, aber für mich kommt das alles noch. Deshalb, ich finde es halb so dramatisch und bis auf vielleicht diese Nahaufnahmen, diese Zukunfts- oder Traumvisionen und so ein paar kleine einzelne Charakterentscheidungen habe ich mich eigentlich unterhalten gefühlt. Über die Charakterentscheidungen habe ich ja noch gar nicht gesprochen, gerade in der zweiten Folge. Hätte man sich nicht vorher mal grundlegend, also bevor ich sowas mache, einige ich mich doch drauf, nehme ich jetzt Gefangene oder nicht? Das ist so eine grundlegende Entscheidung. Naja gut, Jesus, da habe ich auch gedacht, what the fuck, ihr macht hier gerade einen riesen Angriff auf die ganzen Saviors. Klar, dass ihr die Leute niedermähnen wollt, da wart ihr euch quasi einig, als ob ihnen jemand mal kurz ausgenockt hätte und er mitten in den Plan reingehüpft wäre. Also das war in der Tat ein bisschen idiotisch. Und dann wird mitten im Gemetzel fangen sie an zu diskutieren. Ja. Also unglaublich, unglaublich. Ich meine, ich kann ihn verstehen aus rein menschlicher Sicht, aber wir sind hier halt in einer Welt, wo diese Werte einfach nicht mehr relevant sind, beziehungsweise wo das Thema ist, friss oder stirb. Und wo auch jeder so oft getötet hat, dass der eine mehr oder weniger nur auch nichts mehr ausmacht. Ja, ich meine, die müssen ihre PTSD-Träume bis in alle Ewigkeit haben, falls der Zombie-Outpack mal vorbei ist. Aber letztendlich, gut, Leute, ihr wollt überleben und das hat doch die letzten zwei Jahre bei euch gezeigt, dass wenn ihr euch nicht wehrt, dass ihr einfach niedergemäht werdet von den Saviors. Eben, wo du gerade sagst, in dieser Welt, was mir heute beim Gucken, vielleicht ist das anderen schon viel früher aufgefallen, aber mir ist es heute zum allerersten Mal bewusst geworden. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ich sage dir auch, warum mir das bewusst geworden ist. Wir haben, ich gucke ja gerade mit unserem Forever Nerd Girl die beste Fernsehserie der Welt, Mesh, nochmal. Ja, und das ist natürlich eine Serie. Das hätte ihr denn immer noch nicht durchleicht. Ja, es sind 13 Staffeln, 16, 16 Staffeln, 13 Staffeln. Aber geht doch nur, so eine Folge geht doch, wie lange, 20 Minuten? Ja, es sind 30 Folgen pro Staffel. Ja. Und es ist auch Comedy, du kannst es jetzt nicht so bingen. Also so nach 5, 6 Folgen ist dann auch genug gelacht. Och, ich meine, How I Met Your Mother und Co. haben wir, glaube ich, sieben Staffeln mal in drei Wochen durchbekommen, weil man einfach eins nach dem anderen einfach wegziehen kann. Nee, also uns ist dann irgendwann auch mal gut. Also wenn so einer Disco oder so, acht Folgen drauf oder fünf oder sechs, ist ja auch egal, da rufe ich gar nicht hinaus. Die sind natürlich damals noch relativ, hat man halt gesendet, wie man es gesendet hat. Und vielleicht waren die auch mal anders gedacht. Wie auch immer, auf jeden Fall gab es dann eine Folge, da ging es darum, dass es schweinekalt ist in Korea und in dem Camp. Und in der nächsten Folge war es eigentlich wieder normales Wetter und die nächste Folge war wieder scheißkalt. Also die Jahreszeiten springen da auch. Da ist mir so aufgefallen, ach guck mal, es passt ja eigentlich gar nicht, die Reihenfolge stimmt irgendwie nicht. Und wie ich dann so The Walking Dead gucke, fällt mir so ein, dass mit der Zombie-Apokalypse anscheinend auch das Wetter seinen Dienst eingestellt hat. Hat es jemals irgendwann wo geregnet und ist es jemals irgendeine andere Jahreszeit als dieser Spätsommer? Nö. In den Comics, ja, in den Comics, da haben wir tiefsten Winter auch zwischendurch mal. Hatten wir das nicht in den ersten Staffeln, wo die so ein bisschen mit dem Winter zu kämpfen hatten? Ich kann mich echt nicht dran erinnern. Also ich kann mich wirklich nicht, also es, das, und das ist nämlich auch so ein Problem. Wir hatten es in der siebten Staffel schon mal thematisiert, als wir unsere Podcasts drüber gemacht haben. Man hat überhaupt keine Dimension für dieses Gebiet. Ja, also wir wiederholen uns jetzt, ja, aber man hat keine Dimension für dieses Gebiet und man bekommt auch überhaupt keine Dimension für Zeit, weil keine Jahreszeiten vergehen, keiner irgendwie die Bärte, die nicht lange, der Einzige, die die Haare wachsen sind, sind die von Karl. Obwohl, ich meine Rick, der hat sich wenigstens in Alexandria mal rasiert. Mal rasiert. Und dann hat er wieder seinen Vollbar. Ja, okay, hat einmal rasiert. Aber du weißt, worauf ich hinaus will, ja? Ja, ja. Das ist auch so ein Punkt, der die Einordnung dann eben irgendwie schwer macht. Und dadurch, dass du nie eine Karte irgendwie mal im Detail gesehen hast, die sind da, wir sind hier, da ist 15 Kilometer dazwischen, keine Ahnung was. Weißt du, kannst du auch diese ganzen Schauplätze da jetzt nicht so einordnen? Warum ist jetzt zum Beispiel diese blöde Radarstation jetzt wieder wichtig? Reicht es nicht einfach, Negans Hauptquartier platt zu machen? Töte doch den Kopf der Schlange, dann sollte das sich doch eigentlich erledigt haben. Ja, und dann haben sie fünf Chancen. Also das sind jetzt natürlich nur Details, die aber in der Summe dann die Orientierung innerhalb dieser Welt eigentlich relativ schwer machen, als es noch ein Roadmovie war, als sie noch auf der Wanderung waren. Da war es relativ egal. Ja genau, aber jetzt seit mindestens drei, seit Alexandria treiben die sich ja nur in einer Ecke rum. Genau. Ob es ein Bundesstaat ist oder so, kann man nicht wirklich sagen. Und letztendlich, klar, die wussten ja bis vor, bis letzter Staffel ja auch noch nicht mal, wo das Hauptquartier von denen ist, was theoretisch ja so weit weg sein müsste, dass man nicht mal eben drauf stößt. Ja, was aber dann doch wieder eine große Industriekomplexfabrik ist, die man jetzt auch nicht mal eben so übersieht. Also es ist alles ein bisschen, wird alles irgendwie so ein bisschen, ja, es passt irgendwie so langsam nicht mehr. Und was auch nicht mehr passt, wie ich jetzt gestern gelesen habe, sind ja die Quoten, die rauschen ja nur so in den Keller. Ja, aber das war für mich so ein bisschen zu erwarten. Ich meine, in der letzten Staffel hatten wir noch Glenn, der draufgegangen ist. Das hat so noch ein bisschen gepusht, beziehungsweise das Mysterium, wer geht denn am Ende drauf und dann geht Glenn drauf und dann hat sich so hingezogen. Mittlerweile haben die meisten Leute wahrscheinlich kapiert, dass die Serie nicht unbedingt besser wird. Was gut, wir sind jetzt in der achten Staffel und wenige Serien schaffen es wirklich acht Staffeln zu überdauern und frisch zu bleiben und wirklich Neues zu bringen. Und Walking Dead dreht sich mittlerweile ziemlich im Kreis. Ich meine, wir können es nur so oft machen, dass die wieder auf Reisen sind, irgendwo ankommen, sich mit irgendwem verbünden, irgendeine andere Gruppe dahin kommt, die sich selber zerfleischen, eine Zombie-Armee dahin kommt, die Zombie-Armee, die vertreibt. Oder am Ende irgendwer die Kinder tötet, die die gerade wieder bekommen haben. Letztendlich, wie gesagt, es dreht sich alles im Kreis. Wenn die irgendwo hinkommen, setzen die sich hin und werden am Ende trotzdem wieder überrannt. Wir haben keine Progression in die Zukunft hinein. Ja, und ich glaube, das ist eine unkluge Entscheidung der Serienmacher. Ich weiß nicht, ob es die Serienmacher sind, weil so recht grob orientieren sie sich ja immer noch am Comic. Ja, das stimmt. Der Comic hatte genau dasselbe Problem. Ich habe den auch eine ganze Weile gelesen. Ja, ja, nee, hast recht. Ich habe aufgehört, den zu lesen. Ja, ja, nee, nee, hast recht. Ich meine, es ist ja, es wird ja dann mit Spoiler, Spoiler, es wird dann mit Alpha ja im Prinzip neuer Bösewicht dann eingeführt, wenn dann die, wenn die Schlacht über die Saviors dann gewonnen ist. Und in den Comics wird der Negan dann auch gefangen genommen und nicht getötet. Okay. Und der vegetiert dann im Keller von Alexandria oder ich weiß es gar nicht mehr, aber irgendwie vegetiert er dann da hinten vor sich hin. Und dann gibt es irgendwie so eine andere Gruppe, die von der Frau angeführt wird, die sich Alpha nennt oder so. Und das ist dann irgendwie der neue Willen of the Next Season oder was auch immer. Okay. Es gibt ja dann noch dieses angekündigte Crossover mit Fear the Walking Dead. Ja, Crossover ist die Frage, wie so ein Crossover funktionieren kann. Ja, so. Nach Fear the Walking Dead hin funktioniert es schon, weil laut Gerüchten soll ja der rothaarige Typ da nochmal vorkommen. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der draufgegangen ist. Abraham. Abraham, genau, Abraham. Hast du recht. Abraham soll da angeblich das Crossover machen, das da rüberkommt. Ich weiß aber nicht, wer dann zurück in die Hauptserie kommt, weil die ist ja wirklich schon acht Jahre weiter und an einer ganz anderen Küste. Äh, Küste. Stimmt. Habe ich noch gar nicht die Zeitlinien übereinander gelegt. Hast recht, kann ja so gar nicht passen. Ja, stimmt. Ja, außer natürlich Ed Michaela von der Discovery kommt wieder, weil der Sporenantrieb sie einfach in der Zeit zurück. Ja, genau, also lieber nicht drüber nachdenken. Aber letztendlich, lass uns nochmal zu den Episoden zurück, zu der ersten Episode. Du hast ja anscheinend was zu sagen. Genau, ich fand es letztendlich, eben habe ich es gesagt, ich fand es ganz gut, wie der Plan von denen durchgeführt wurde, was auch immer am Ende der Plan ist, weil so ganz blauäugig, wie sie vor dem Treffen, vor dem ersten Treffen mit Negan waren, sind sie nicht mehr gewesen. Wie sie die ganze Zeit, während sie von Negan beherrscht worden sind, sind sie auch nicht mehr drauf. Die haben jetzt dazugelernt und haben, gut, auch wenn sie jetzt in der militärischen Einheit sind und alle perfekt schießen können, es funktioniert ganz gut. Ich hinterfrage es jetzt nicht, wieso es funktioniert, aber es funktioniert ganz gut und es kommt einem clever vor. Und deshalb finde ich, passt die Action in dem Fall auch, dass die mit so Autos vorfahren, die erstmal Schutzschilde haben und dann die alle zurückdrängen, um hier Verwirrung zu stiften und da ein Ablenkungsmanöver zu machen. Das ist schon cleverer als in mancher anderen Serie, die sagen, okay, wir fahren mit dem Auto einfach rein und ballern mal durch. Gut, aber das gibt es jetzt auch seit Miami Vice nicht mehr oder seit dem A-Team. Sogar das A-Team hat schon immer irgendwas gebastelt. Ja, aber es gibt genug Serien, die sagen, sie hätten einen cleveren Plan. Ich komme jetzt, ich habe ein furchtbares Gedächtnis, aber es gibt genug Serien und gerade in diesem typischen, in diesem Genre, wo alle sagen, es ist so clever und am Ende kommt diese Cleverness darauf hinaus, dass sie, wie gesagt, mit dem Rambock irgendwo reinfahren und das war der ganze Plan. Und dieser Plan scheint hier ja schon viel schichtiger zu sein, was auch schon besser ist als alles, was die in den Staffeln davor hatten an irgendwelchen Plänen, die ja nicht wirklich darüber hinausgegangen sind, dass die irgendwo irgendwen gefangen nehmen und alles kaputt ballern, weil das Netzwerk der Saviors ist ja scheinbar groß genug, dass sie es nicht auf einen Schlag aushebeln können. Und das interessiert mich jetzt daran, was denn jetzt am Ende dabei rauskommt und wo ich hoffe, dass sie nicht die ganze Mit-Season dafür verbrauchen, damit wir endlich mal wissen, was jetzt los ist, worüber du dich aufregst. Ja, ich glaube nicht, dass das kommt. Ich glaube, das bleibt jetzt so, wie es ist. Also vielleicht werden noch irgendeine, ob das jetzt Zeitebenen oder Träume sind, sei jetzt mal dahingestellt. Vielleicht wird, das wird sicherlich noch irgendwie so ein bisschen aufgelöst, ja. Ja, aber dieses Pseudo-Wichtige mit diesen Pseudo-wichtigen Großaufnahmen und die vorgegaukelte Schwere einer Handlung, die nicht da ist, das wird bleiben. Das heißt, das wird bleiben. Und dabei könnte man doch so, ich meine, du hast doch wirklich einen Sandkasten, ja. Wir verwenden übrigens sehr oft das Wort Sandkasten, auch bei Star Trek Discovery Podcast. Aber du hast doch diesen Sandkasten und da kannst du doch was mit draus machen. Du kannst doch dieses, diese, diese moralischen Dilemma zwischen, wir wollen wieder Zivilisation und aufrecht erhalten und wir müssen uns jetzt wehren. Das kann man ja wunderbar Konflikte draus machen. Das ist ja, finde ich ja gut. Und das versuchen sie ja anscheinend, was dann nicht funktioniert. Genau, an den völlig falschen Stellen mit in dieser Welt dann komplett unpassenden Dialogen und Situationen. Da denkst du, nee, okay, jetzt aber, du hast gerade 20 Leute umgebracht und bei dem einen, da ist es auf einmal ein Thema, mitten im Gefecht. Come on. Dann ist mir noch aufgefallen, das ist ja ein Tiger, der muss ja von Siegfried und Roy sein. Also der kann ja, der kann ja Freund und Feind erkennen. Das ist ja Wahnsinn. Also. Es ist der magische CGI-Tiger. Ja, es ist der magische CGI-Tiger. Weißt du, das kaufe ich bei Game of Thrones ab mit den Schattenwölfen. Ja. Aber nicht so. Nee. Ja, das ist, ich meine, das ist so ein bisschen das Problem, was wir wahrscheinlich aus den Comics heraus haben, dass einfach dieser Tiger da ist und ein lebender Tiger wahrscheinlich viel zu gefährlich am Set ist und ein CGI-Tiger einfach viel zu teuer ist, um ihn clever zu machen. Darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will nur darauf hinaus, dass dieser Tiger einfach die ultimative Kampfwaffe ist, der auch niemals irgendwie einen der eigenen Leute angreift. Ja, weil er ja so klug ist und er mag er so, komm, sorry. Also es sei denn, wir haben irgendwelche Tierpfleger da draußen, die uns mal ganz genau darüber aufklären können, wie intelligent eigentlich Tiger sind, aber ich halte das jetzt mal für, ja, eher ausgeschlossen. Also nicht, dass Tiger nicht grundsätzlich eine gewisse Intelligenz haben, aber dass sie so eine Freund-Feind-Erkennung haben, äh, nein. Ich glaube, Tiger halten es da eher so wie Katzen, die ja auch schon einen ziemlich eigenen Kopf haben und wenn die jemanden haben, den die als Dosenöffner sehen, dann ist der vielleicht, ähm, als lieberer Mensch anzusehen, als jemand, der jetzt versucht, den Dosenöffner zu töten. Genau, apropos töten. Warum lebt eigentlich Morgan noch? Hat er ja gesagt, er ist unsterblich. Ja, und das ist... Nein, er hatte, er hat eine schussfeste Weste an, er hat dieses Ding... Das ist keine schussfeste Weste, das ist ein, 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 vom Football ein Panzer oder vom Lacrosse, das ist keine schussfeste Weste, äh, nee, das ist einfach nur eine Sportausrüstung. Ich hab mal, ich hatte gerade irgendwie, das ging so schnell, dass ich gar nicht gecheckt hab, dass die irgendwie, die machen die Tür auf und bang bang sind, fallen sie hin. Ja, ja, das, das fand ich auch etwas verwirrend, da hab ich auch nicht, musste ich auch zweimal zurückspulen, um zu sehen, okay, war das jetzt Morgan dazwischen? Wer hat da eigentlich wen erschossen, wer hat wo die Tür aufgemacht, das war im ersten Moment gar nicht klar. Nee, das Tür aufmachen hab ich schon verstanden, aber ich hab in dem Moment nicht verstanden, als sie angefangen haben zu schießen, dass unsere Seite, also die Seite von, äh, von Rick und Co. getroffen worden ist. Ja. Das, das hat man nämlich nicht sehen können, dafür waren die Cuts einfach viel zu schnell. Eben, und dann wacht er auf und du weißt gar nicht, wieso liegt er überhaupt da rum, also du weißt, warum er da rumliegt, aber warum hat er es jetzt überlebt, war es jetzt ein Streifschuss oder war es Pulp Fiction mäßig ein Wunder und, also, ja, es ist alles ein bisschen, und das ist halt eben eine Sache, wo ich mir so denke, weißt du, das, das sind doch Profis und die legen doch der Herzblut in die ganze Nummer rein. Das sind doch, ist doch keine, keine Video-AG, die sowas filmt. Guckt das keiner mehr oder sagen die sich, ach komm, scheiß drauf, ja, Malle ist nur einmal im Jahr oder? Ich hab ehrlich gesagt gar keine Ahnung, äh, das fragt man sich ja bei vielen Serien, wieso das so ist, wieso manche Entscheidungen getroffen werden, wieso die Autoren unbedingt in die und die Richtung gehen, ähm, ich kann's mir wie immer, wie bei großen Projekten vorstellen, dass, äh, einfach da zu viele Köche an einem Ding schrauben und am Ende man Kompromisse eingehen muss und diese Kompromisse sind einfach in der Konsistenz der Story. Ja, aber das sind jetzt ja handwerkliche Sachen, das ist ja Schnitt, also, das ist ja ein Handwerk, also. Nein, nein, das kommt ja, das kommt ja dazu. Gut, das kommt wahrscheinlich auch nicht genug Material dafür gehabt. Ja. Ich, ich verstehe, was du sagst, ich verstehe es gut, ich kann es auch nachvollziehen, aber ich glaube, ich hab mittlerweile aufgegeben, mich darüber aufzuregen und, ähm. Dann machen wir es doch mal so, weil jetzt hier, weil jetzt bestimmt die Leute, also entweder wir haben uns jetzt gerade um den letzten Hörer geredet, ja, und jeder hat schon längst abgeschaltet, aber die, die jetzt noch dabei sind, die, die jetzt dann vor dem, äh, vor ihrem Rechner sitzen oder jetzt gerade in der Bahn ist oder im Auto oder wo immer ihr uns hört, zum Einschlafen, wobei ich glaube, bei dem Podcast schläft heute keiner ein, aber zum Einschlafen hört wie auch immer. Und falls ihr euch dann fragt, wieso guckt ihr das dann überhaupt, wenn ihr es kacke findet? Michael, warum gucken wir es eigentlich noch? Komm, Michael, sag mal, warum guckst du es noch? Weil wir diesen Podcast machen? Wir machen genug andere Podcasts, wir brauchen den jetzt nicht auch noch machen, also warum guckst du es? Ähm. Ich gucke es mehr oder weniger aktuell nach, äh, aufgrund von Gewohnheit. Ich fand die ersten Staffeln super, bis auf vielleicht das, was in der zweiten Staffel kam, und da möchte ich jetzt die Serie auch weiter verfolgen. Und weil ich die Comics auch nicht mehr lese, möchte ich wenigstens auf diesem Wege erfahren, äh, wie das Ganze so ein bisschen weiter geht. Und letztendlich möchte ich auch hier wissen, wie die ganze Negan-Story endet. Ich könnte es auch lassen, dass ich es mir am Ende des Jahres einmal komplett anschaue, ähm, einmal durch Binge-Watche, was vielleicht sogar am besten bei dieser Serie ist, dass man sie nicht wöchentlich guckt. Aber letztendlich, ich, ich gucke sie aus Gewohnheit. Was ja eigentlich ein relativ vernichtendes Urteil ist, oder? Aktuell, ja. Ich überlege gerade, warum gucke ich es? Also ich will jetzt schon wissen, wie die jetzt die Negan-Story weiterspinnen. Ich gebe auch die Hoffnung noch nicht auf, dass es nochmal, nochmal irgendwie einen anderen Drive kriegt, einen anderen Spin kriegt, irgendein Element. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie sowas gibt wie, keine Ahnung, doch noch eine. Dann, ganz ehrlich, bringt es zu Ende. Lass sie einen Funkspruch hören und sagen, hey, kommt alle nach Miami oder nach Florida, da ist noch Regierung, keine Zombies und Wetter ist auch gut oder so. Und dann tingeln sie noch eine Staffel nach Florida und dann kommen sie an und alles ist gut. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Denn ich mochte die ersten drei, vier Staffeln, bis der Governor rum war. Die mochte ich sehr mit dem Durchhänger auf der Farm. Ja, okay. Die mochte ich einfach so sehr, dass ich jetzt einfach es auch irgendwo nicht ganz, ja, noch sehr, noch nicht abschreiben will. Auch wenn sie mich jetzt in der sechsten schon sehr, in der siebten massiv und in der achten wahrscheinlich auch dramatisch enttäuscht. Ja, ich würde es ja gerne viel, viel besser finden und ich würde hier gerne einen Cast machen, der nur so vor Lobhudelei strotzt. Ist ja nicht so, dass ich mich hier hinstelle allabendlich und hier Bock habe, einfach vom Leder zu ziehen, sondern ich würde sagen, boah, das war die beste Folge als die beste ever. Und die Woche drauf sage ich auch gern nochmal, das war nochmal besser als vorher und keine Ahnung was. Aber das kann man halt einfach nicht. Und ich finde, das kann man auch objektiv begründen, warum man das nicht kann. Das kann man sich natürlich hinstellen und sagen, ja, ich finde das ja alles doof. Oder ihr, das hatten wir jetzt ja bei unserem Star Trek Discovery Podcast, ihr kennt euch ja gar nicht genug aus, ihr kennt ja die Comics nicht, etc. pp. In dem Sinne müssten wir uns übrigens hier auch laut dem Leser, der uns kommentiert hat, müssten wir uns Walking Fans nennen und nicht Walking Dead Nerds, Walking Fans Nerds. Von mir aus auch das, von mir aus auch das. Vielleicht machen wir das in den nächsten Wochen auch mal nochmal als Intro oder in zwei Wochen nochmal als Intro, dass wir nochmal ganz klar stellen, pass mal auf. Wir gucken diese Serie und wir haben ein bisschen die Comics gelesen. Das heißt nicht, dass ich jedes Stück Sekundärliteratur auswendig lerne und mir von jedem Schauspieler die komplette Vita reinziehe, was der wann, wie, wo irgendwie nochmal gemacht hat. Sondern ich konsumiere es so, wie ich denke mal 70, 80 Prozent der Menschen da draußen es konsumieren. Und wenn ich es unter dieser Prämisse sehe, müssen einfach gewisse Dinge relativ regelmäßig erklärt werden oder halt auch mal als Exposition oder sonst irgendwas geschickt in eine Handlung eingewoben werden. Und dann ist es halt zum Beispiel ziemlich albern, dann einen absoluten Nebencharakter aus der ersten Staffel, der fünf Minuten Screentime hat oder vielleicht auch zwei Folgen mal jeweils zusammen zehn Minuten hat, überhaupt nicht wichtig war, dem plötzlich als Cliffhanger zu präsentieren. Und das behaupte ich einfach mal, 80 Prozent der Leute überhaupt nicht erkannt haben. Das Besondere an dem Typen, dessen Namen ich jetzt schon wieder nicht weiß, war einfach, dass er einer derjenigen war, Morales heißt der Typ. Morales, genau, Morales. Genau, dass er einer derjenigen war, die aus dieser Serie ausgestiegen sind und nicht tot war. Also nicht irgendwie gekillt wurde, nicht zum Zombie wurde, nicht zerrissen wurde, nicht irgendwas mit ihm passiert ist. Nee, er ist mit seiner Familie abgehauen und die wollten ein paar eigene Wege gehen und gucken, dass sie nicht mit der toxischen Gruppe von Rick und Co. da mehr weiter zusammenarbeiten. Was eigentlich für diese Serien ein ziemliches Novum ist, weil alle Leute, die irgendwie hier aussteigen oder nicht mehr damit zu tun haben, die gehen drauf. Ja, das stimmt. Aber weißt du, das wäre doch nochmal ein Flashback wert gewesen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil das wurde ja schon so ein bisschen in dieser Szene angekündigt dadurch, dass Rick ja irgendwen auf dem Foto sieht, den er kennt und da irgendwas wohl passiert, das ihn so ein bisschen schockiert. Und dann sieht er ihn und in dem Moment hätte ich mir, in dem Moment kann man sagen, gut zwei Minuten Flashback zurück in die Staffel an. Ach nicht mal, da reicht es wahrscheinlich ein paar Sekunden, das hätte wahrscheinlich gereicht, dieser Highway und nochmal der, 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 na, der Camper, der Camper, ja. Ja, und wo er dann, der Morales, in den Wagen steigt und sagt, ah, ich hau jetzt hier ab, ihr seid alle zack, 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 wuff, 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 mit Weißblenden so der übliche Flashback-Kram halt. Dann wäre es zumindest den meisten wieder eingefallen. Genau, bei Walking Dead kann man ja jetzt nicht erwarten, auch wenn es wie eine Soap aufgebaut ist, dass Leute es wie bei Game of Thrones wissen, was in welcher Staffel wie passiert ist. Bei Game of Thrones ist es in der Tat wichtig, das zu wissen und zu wissen, wie alles zusammenhängt und wie die Charaktere, wo die herkommen und wer mal hier und da da war. Aber bei Walking Dead, wenn eine Staffel abgehakt ist, dann ist sie abgehakt, dann ist das eigentlich nicht mehr wichtig, was da passiert. Eben, und das ist halt dann das erste Mal, dass jemand, ich hätte halt auch vielleicht irgendjemand anders genommen, vielleicht jemand aus dem Dorf vom Governor oder, keine Ahnung, ist ja auch egal. Oder Merle tritt nochmal. Ja, Merle, ich hatte auch an Merle gedacht, Merle ist tot, er hat sich ja geopfert, aber der war auch wirklich tot, ne? Ich glaube, der war schon ziemlich tot. Ich kann mich nicht mehr an seinen Tod erinnern, aber ich glaube, das war schon definitiv tot. Ich glaube, der ist ja nicht mit einem Auto irgendwo reingefahren, explodiert, irgendwie so ein Kram. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, der hat auf jeden Fall sich geopfert und ja, alles gut. Von daher, gut, warten wir mal, was da rauskommt. Ich bin mal gespannt, was die Story hinter dem Typen ist, weil bei den Saviors landet man ja nicht aus irgendeinem Grund. Das sind ja entweder die gefallenen Leute, die verrückten Leute oder die Leute, die nichts mehr zu verlieren haben. Und dann muss ja seine Familie schon irgendwie draufgegangen sein in einer typisch dramatischen Walking Dead Art und Weise. Wahrscheinlich schieben sie dann auch nochmal eine Folge dazwischen, wo wir das dann auch noch erleben. Aber es könnte ja mal interessant sein, ist was Neues. Vorschau für die nächste Folge, hast du die gesehen? Nö. Ich glaube, da geht es dann mit dem Father und dem Negan weiter. Ja, das, in den Comics ist das irgendeine andere Kombination, ist Negan da mit irgendwer anders eingesperrt. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ja, ich habe es nur gelesen, weil ich die Comics, wie gesagt, seit vor, ich glaube Alexandria habe ich in den Comics aufgehört. Okay. Aber ich könnte nochmal interessant sein, wenn die wirklich da eingesperrt sind und Negan nicht ihnen einfach durchfoltert. Das stimmt, but now it's time to shit your pants. Also von daher. Gucken wir mal. Ich mag Jeffrey Dean Morgan immer noch und Negan ist ein potenziell sehr cooler Charakter, wenn er richtig angefasst wird und wenn er im richtigen Maße eingesetzt wird, was sie in der letzten Staffel leider nicht gemacht haben. Eben. Und der hat auch überhaupt, also es wäre auch mal eine Backstory von Negan, wäre mal interessant. Weißt du, der Governor zum Beispiel war viel, viel schichtiger. Der hatte auch einen Grund mit seiner Zombie-Tochter. Und der wollte innerhalb seiner kleinen Welt, deswegen hat er sich ja auch Governor genannt und so weiter. Er hat sogar, ja, also von daher, der hat ja wenigstens was, das hatte ein bisschen Hintergrund-Story. Aber Negan ist halt einfach nur platt. Er ist einfach nur ein sadistischer Idiot. Ich meine, okay, seine Frau hieß wohl Lucille und deswegen heißt das Ding so, aber, ja, mehr ist halt auch nicht. Ja. Und wie gesagt, im Grunde genommen hätte es schon zwei Gelegenheiten gehabt, das an dieser Stelle zu beenden. In einer der letzten Folgen Staffel 7, wo er ewig vorm Tor stand, wo man einfach hätte abdrücken müssen. Und jetzt halt auch nochmal, wo man einfach hätte abdrücken müssen. Und ja, gut, gucken, ob sie sich daran halten, wie es im Comic ist, dass er eingesperrt wird und gar nicht hops geht. Genau, das wäre dann meine Frage. Im Comic ist er dann eingesperrt und passiert, oder man weiß nicht mehr, was mit ihm passiert. Denkst du, er kriegt einen Redemption-Arc, also das ist eine Wiedergutmachung, dass er dann irgendwann Teil der Gruppe wird? Ich überlege gerade. Also laut den Comics wird er, glaube ich, kein Teil der Gruppe, auch wenn er nochmal so ein paar Wort, also der Karl freundet sich dann irgendwie mit dem an, irgendwie sowas. Das wurde ja auch mal angedeutet in der einen Folge, in der letzten Staffel, wo der Karl dann da irgendwie rumhüpft. Aber ja, keine Ahnung, es werden ja so viele Versatzstücke genommen, um dann andere wieder nicht zu nehmen. Ich habe da noch gar keine großartige Stringenz erkannt, was sie jetzt eigentlich nehmen und was sie nicht nehmen. Was geändert wird und warum es geändert wird, ja, erschließt sich mir die Wahl nicht so ganz. Nicht, dass es jetzt in den Comics dramatisch besser wäre, aber ja, okay. Okay, Schulnote für die zwei Episoden? Ich brauche nur eine Luft nach oben lassen, aber ich will ja auch noch Luft nach unten haben. Ich sage jetzt mal eine drei bis vier. Ausreihe, drei bis vier, ja. Also ich meine, da sind wir ja gar nicht mal so weit voneinander weg. Ich würde ihm auch so eine drei, vielleicht sogar eine drei plus geben, weil ich es insgesamt, wie gesagt, relativ unterhaltsam fand. Auch wenn es nur ein stumpfes Geballer war, aber mehr erwarte ich auch nicht von einer guten Walking Dead Episode aktuell. Ja, unterhaltsam ist ein jotes Stichwort, liebe Walking Dead Fans da draußen, falls ihr uns noch hört, uns noch hören wollt, dann hört ihr uns in zwei Wochen wieder, denn dann werden wir die nächsten zwei Folgen, wir ziehen das jetzt durch, die nächsten zwei Folgen von The Walking Dead besprechen. Wir können ja mal wieder so einen Live-Kommentar machen, wie wir es das letzte Mal gemacht haben. Das können wir auch mal machen, ja. Nicht nächste Woche, da bin ich in Las Vegas, da gucke ich es mal in USA. Also, wenn euch das gefallen hat oder auch wenn es euch nicht gefallen hat, dann Däumeler nach oben, Däumeler nach unten, schreibt uns einen Kommentar auf Facebook, auf Twitter, auf nerdizismus.de oder unter dieses YouTube-Video, falls ihr es dort gesehen habt. Wir freuen uns wirklich immer über jeden Kommentar und versuchen den auch zu beantworten und in einer der nächsten Folgen dann auch wirklich darauf einzugehen, das ist uns also wirklich sehr wichtig. Also, wenn es euch gefallen hat und auch wenn es euch nicht gefallen hat oder wenn wir irgendwas vielleicht auch grundsätzlich falsch verstanden haben und ihr der Meinung seid, Mensch, das muss ich den Zweien jetzt mal sagen, sonst verstehen sie es nicht. Und dann macht die Folge auf einmal Sinn und wir vergeben lauter Einsen dann auch damit also rein in die Kommentare oder eine E-Mail an, übrigens info at nerdizismus.de. In diesem Sinne noch ein fröhliches Halloween da draußen und wir hören uns für Dead Nerds Talking dann in zwei Wochen wieder. Nächste Woche könnt ihr uns hören mit der neuen Folge zu Star Trek Discovery. Da sind wir eigentlich nicht ganz so am Ranten, auch wenn die aktuelle Folge wieder so back to 0815 Track war. Okay, aber dazu nächste Woche mehr. Widerspreche ich dir übrigens auch nächste Woche dann dazu. Ach so, okay, alles klar, dann bleibt es sehr spannend. Falls diejenigen unter euch, die jetzt demnächst in Thor gehen, der läuft ja jetzt am Donnerstag an, beziehungsweise ist heute schon angelaufen aufgrund des Feiertags, denen sei unser spoilerfreier Filmkritik-Podcast zu Thor ans Herz gelegt und in diesem Sinne bis die Tage macht ihr die Ort. Tschüss. 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 Tschüss.